Nach den in der ARD-Doku gegen das Schweigen erhobenen Missbrauchsvorwürfen unter anderem gegen die beiden österreichischen Regisseure Paulus Manka und Julian Pölsler nahmen diese am Montag erstmals Stellung. Der 70-jährige Pölsler wies dabei sexuelle Übergriffe entschieden zurück, argumentierte, dass die gegen ihn vorgebrachten Vorwürfe teilweise mehr als 15 bis 20 Jahre zurückliegen würden. Er habe naturgemäß keine genaue Erinnerung mehr daran, was wann, wo und wie geschehen ist. Dies bedeutet aber nicht, dass ich mich einer Auseinandersetzung und Aufarbeitung der Vorwürfe entziehen will, ganz im Gegenteil. Im ORF Kulturmontag äußert sich dann der 66-jährige Manka zu den Anschuldigungen. Ich bin bestürzt, wenn ich diese Dinge höre, aber die meisten Schauspieler, die in der Doku vorkommen, haben an meinen Aufführungen nicht teilgenommen, weist Manka die Vorwürfe zurück. Diese seien aus der Luft gegriffen, nur Blockwarte und Kleingeister kämen darin zu Wort, weil etwas behauptet werde, müsse es nicht stimmen. Das gelte auch für die diversen eiderstattlichen Erklärungen. Dass er 2006 einem Schauspieler mit der Faust einen Schlag versetzt hätte, daran könne er sich nicht erinnern. Überdies gäbe es bei seinen Produktionen Vertrauenspersonen. Zum Schluss sagte er, meine Arbeitsweise war immer dieselbe, ich werde mich nicht so erniedrigen wie der Herr Pölsler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017